Na moin, der 1.6. bzw. ich habe das Video so ein bisschen nach hinten verzögert. Wir haben heute Freitag, 19 Uhr. Herzlich willkommen zu diesem neuen 5-Minuten-Update. Die News rund um den Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und nach dem Intro geht's los. Ja, mein Name ist Sebastian. Für diejenigen, die das noch nicht wussten, es ist ungefähr bis zu, ich weiß es gar nicht, 185.000 Abonnenten, wussten es vielleicht 5% von euch oder auch 2 oder 3. Auf einer gewissen Webseite gab es das auch zu lesen, meinen Namen. Und wie es dazu gekommen ist, das erfährst du in diesem Video, bzw. ich verlinke es dir mal am Ende dieses Video, damit du dieses Video in Ruhe ansehen kannst. Denn es gibt hier nämlich was zu gewinnen und was zum Auflösen und wie gesagt, News um den Kanal. Es gibt einmal im Monat hier auf meinem Kanal eine Tasse zu gewinnen, eine Mr. Handwerk-Tasse. Einmal in Rot oder in Schwarz. Was musst du machen? Hashtag Tasse und ein Kommentar da lassen. Du kannst viele Kommentare schreiben, wie du willst. Ja, und den Gewinner vom letzten Monat, den wende ich dir jetzt mal hier ein. Herzlichen Glückwunsch. Teile du mir bitte deine deutsche Lieferanschrift mit. E-Mail-Adresse findest du direkt unten in der Videobeschreibung. So, ich versuche mich mal so ein bisschen ruhiger. Ich finde immer, ich komme so gehetzt drüber. Und das möchte ich eigentlich vermeiden, weil ich eigentlich gar nicht so ein Typ bin. Es sei denn, ich habe irgendwie Zeitdruck. Ja, heute geht es auch um eine neue Maschine, die ich mir zugelegt habe. Die könnt ihr auch schon im Hintergrund sehen. Das ist ein Tellerschleifer. Warum und weshalb kommen wir gleich nochmal dazu. Ich möchte jetzt erstmal den Gewinner, also der Tasse, den haben wir schon aufgelöst, der Tasse und den Gewinner von dem schönen Pharmak Bohrset, Metallspiralbohrer, Satz 25 teilig, gebraucht vom Mr. Handwerk. Den Gewinner blende ich jetzt mal hier ein. Der letzte hatte sich nicht gemeldet gehabt. Ich hoffe, dass derjenige sich jetzt meldet, weil ich will diesen Satz jetzt loswerden. Es kann unter anderem sein, dass der 10er Bohrer ein bisschen stumpf ist. Damit habe ich mal ein Riegel gebohrt. Ja, aber die Heimwerker oder Handwerker wissen ja, wie man so einen Bohrer anschleift. Wenn nicht darüber gibt es auch ein Video, finde ich es bei mir unter meinen Videos. Es ist allerdings schon vier, fünf Jahre alt. Nicht wundern. Und damit du das nächste Update nicht verpasst, musst du unbedingt meinen Kanal abonnieren, wenn du es nicht schon getan hast und die Glocke aktivieren, damit du eine Benachrichtigung bekommst auf dem Handy, auf dem Smartphone und dann weißt du Bescheid. Oh ja, das nächste 5 Minuten Update ist online und vielleicht bist du ja dabei. So, dann, wie machen wir weiter? Eigentlich ist in der Regel nicht wirklich viel passiert, aber in der Regel dauert dieses 5 Minuten Update, was eigentlich immer nur 5 Minuten gehen soll, 20 Minuten. Deswegen, hm. Ich habe auch nicht wirklich viel auf der Liste stehen. Ja, kommen wir zur Mährobotergarage. Ich habe einen Mähroboter, beziehungsweise zwei jetzt schon gebaut und die letzte war eine für den Landroid Works 500 oder M500 und viele von euch wissen, dass der irgendwie so seitlich reinfährt auf so eine Ladestation. Wir haben das so platziert in dem Häuschen, dass der doch irgendwie gerade rausfährt und das hatte ich im Video, finde ich den mal hier oben im Eck, hatte ich nicht gezeigt gehabt. Und jetzt zeige ich dir mal 2.10, wo er einmal reinfährt und wie er wieder rausfährt. Übrigens, wir sind auch auf Instagram vertreten, also Steffi und meine Wenigkeit, wenn du uns dort folgst, vielleicht hast du es ja schon gesehen, das Video. Wie du gesehen hast, hat das Ganze funktioniert. Natürlich ist die Ladestation so ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Die kann man auch einen kleinen Ticken nach hinten legen, aber es funktioniert. Wo wir auch gerade bei Instagram waren, ich blende euch jetzt nochmal eine Story ein und das ist die Story von Steffi. Die hat ein paar Fragen zum Projekt Mini-Teich bzw. Gartenbrunnen. Das Video kommt auch demnächst, aber hört euch mal ihre Frage an. So ihr Lieben, wer hat Ahnung vom Teichbau? Diese hier, die halb so rausgucken, sollen Zone 1 sein. Die so ein bisschen im Wasser stehen sollen. Ich frage mich, wie das hier werden soll, weil das guckt ja dann da ganz weit drüber. Bedeutet das, dass ich so einen großen Pflanzkorb nehmen muss und dann komplett abschneiden, damit der nur so ist. Dann mit Bruchsteinen hochstapeln. Das ist nur ganz, aber die Wurzel ist ja auch ein Stück tief. Wer hat da Ahnung und kann mir mal helfen. Zone 4 ist ganz tief im Wasser. Hier so eine Seerose. Zone 3 halb und dann ist das hier dieses hohe alles Zone 1, was quasi über dem Wasser sein soll. Beziehungsweise nur so ein ganz kleines Stück. Also, wer kann mir da mal helfen? Oder habe ich jetzt sogar richtig gemacht, weil Zone 1 und Zone 2, die Wurzel darf also im Wasser stehen. Nur die Pflanze muss oberhalb des Wassers sein. Und das ist sie ja. Jetzt muss ich das nur noch ein bisschen hübsch machen und anrichten. Aber die Pflanze ist über dem Wasser. Dann müsste ich das ja eigentlich richtig gemacht haben. Richtig? Vielleicht ist ein Teichbauer von euch mit dabei, beziehungsweise ein Gartenlandschaftsbauer. Meine Meinung ist, habe ich auch schon gesagt, dass die so einen kleinen Ticken rausstehen dürfen. Also die Kieschicht. Und natürlich steht das Wurzelwerk und die Erde im Wasser. Das ist am Teich genauso. Wenn ihr da buddelt, dann kommt auch an der Seite irgendwie Wasser hoch vom Rand. Und die anderen Wasserpflanzen, beziehungsweise Zonen ist ja logisch. Eine Seerose hat ungefähr 1,80 Meter Tiefe. Je nachdem. Das sind jetzt Zwergseerosen gewesen. Meiner Meinung nach. Da spielt es glaube ich keine Rolle. Dieses Weinfass hat eine Tiefe von 30 Zentimeter. Naja. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Und vielleicht könnt ihr oder Steffi ja weiterhelfen. So. Als nächstes. Was habe ich auf meiner Liste? Genau. Ich hatte im letzten Update, finde ich den hier oben, gefragt gehabt. Thema Elektrik. Schaut euch das Ganze an. Es ist so, ich habe jetzt einen Elektriker kommen lassen. Und der hat das Ganze dann gemacht. Zack, 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 zack. Leitung verlegt. Und er hat zu mir gesagt, er will mir das nicht verraten. Muss ich so hinnehmen. Auf jeden Fall funktioniert das Ganze jetzt. Ja. Und recht herzlichen Dank für eure Kommentare. Viele haben auch gesagt, die vermuten das und das und das. Aber sie müssen sich das Ganze vor Ort anschauen. Ja. Auf jeden Fall wollte ich euch da Feedback zugeben, dass sich das Ganze geklärt hat. Der war da recht flink. Ich weiß nicht, wo der Fehler war. Und es zeigt mir persönlich, dass sich das Ganze geklärt hat. Wenn ich es richtig gemacht habe, Finger weg, nicht rumexperimentieren. Also so eine Steckdose und so, ja, kann ich verlegen. Älterem Haus, naja, ne, habe ich jetzt draus gelernt. Aber ich habe es richtig gemacht. Nicht weiter rumfummeln, weil wir müssen natürlich bedenken, es kann am Kurzschluss entstehen. Ruckzuck brennt das Haus oder das Carport ab und dann, ja, ist das Geschrei groß. Deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, einen Elektriker zu holen. War auch nicht so teuer. Und jetzt kommen wir zum Tellerschleifer. Ich habe nämlich hier so einiges an Multiplexplatten und Acrylglasplatten. Zentimeter dick, richtig, richtig dicke Dinger, die ich jetzt alle schleifen muss. Beziehungsweise bearbeiten. Das wird ein Projekt. Und natürlich, es gibt hier für verschiedene Aufsätze. Für das Acrylglas habe ich hier andere Aufsätze und so weiter und so fort. Tellerschleifer findest du direkt unter der Videobeschreibung verlinkt. So, und jetzt kommen wir mal dazu. Ich habe mir, es gibt ganz viele Anleitungen. Auch für mich ja, wie ihr so einen Tellerschleifer bauen könnt. Ich habe lange überlegt, ob ich mir so ein Ding auch selber baue. Das heißt, ich besorge mir einen Elektromotor. Liegt Kostenfaktor bei 50, 60 Euro. Besorgt mir das Material. Gut, komme ich auch umsonst ran. Übrigens, Plattenzuschnitt 24 ist mein Plattenpartner. Vertreibt ganz, ganz viele Plattenmaterialien. Multiplexplatte, Siebdruckplatte, Acrylglasplatten in unterschiedlichen Dicken. Acrylglasrohre, Zylinder. Das Sortiment ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ihr könnt euch das alles exakt auf Maß bestellen. Ihr könnt euch Radien hineinfräsen lassen, schrägen. Und so weiter und so fort. Link dazu und einen Rabattcode findest du auch direkt unter der Videobeschreibung. Und das Schöne, wenn ihr dort was bestellt, könnt ihr dann eure fertigen Projekte dorthin schicken, beziehungsweise euch bewerben, zum Kundenprojekt des Monats. Meines Wissens, ich weiß jetzt nicht so genau, werden dann drei auserwählt. Und dann gibt es so kleine Preise. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Schaut euch das mal an. Links dazu findest du alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. So, jetzt haben wir es. Aber das ganze Projekt würde mich bestimmt mindestens drei oder vier Tage an Zeit kosten. Und ja, deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich das jetzt umrechne, lohnt sich das Ganze gar nicht. Und deswegen dieser Tellerschleifer liegt jetzt, glaube ich, aktuell bei 200 Euro. Ich habe ihn, glaube ich, für 180 Euro geschossen. Die Preise variieren immer. Und ich bin eigentlich recht zufrieden damit. 200 Euro kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Weil, wie gesagt, wenn man das rechnet, Motor, Material, Schleifaufsätze und so weiter und so fort, sind wir locker beim Hunni. Und ja, lege ich 100 Euro drauf, habe ich dann schon die Maschine. Das macht für mich keinen Sinn. Und deswegen habe ich mir den Tellerschleifer jetzt gegönnt. Ich weiß nicht, welchen Tellerschleifer hast du zu Hause? Hast du auch einen gekauften oder einen selbst gebauten? Würde mich mal interessieren. Lass es mal in die Kommentare da. Es gibt Tellerschleifer, die kosten, glaube ich, 800, zwischen 700 und 800 Euro. Das ist wirklich, das sind die Profiliga, kann man sagen. Dann gibt es natürlich welche für 100, die habe ich jetzt nicht genommen. Ich hoffe, dass ich jetzt, das ist, glaube ich, eine von Holzmann, genau. Ich hoffe, dass die mich überzeugt. Also ich habe damit jetzt schon so ein bisschen gearbeitet und bin recht zufrieden damit. Wenn ihr darüber ein Video haben wollt, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches so ein Tellerschleifer. Damit könnt ihr Rundungen ranschleifen bzw. Kanten schön glatt schleifen. Gerade, vor allem mit 90 Grad Winkel. Dann lasst es mich doch wissen. Und ich mache jetzt hier weiter an meinen Designertisch, den kleinen. Der ist nicht wirklich groß, 1,40 x 80. Ja, der wird jetzt geschliffen, dann zugeschnitten, dann geölt und so weiter und so fort. Übrigens, die Kanten schneide ich jetzt doch gerade ab. Ihr habt mich überzeugt. Die Verletzungsgefahr, dass ich hier gegenkomme, ist wirklich groß. Und es ist ein bisschen zu viel des Gute. Übrigens bekommt ihr, upsala, pro gewonnene Mr. Handwerktasse immer eine Autogrammkarte von mir. Original signiert. Und ein Sticker, original signiert. Als ob ich irgendwie so ein Promi wäre. Naja, mache ich. Die Anfragen waren halt sehr groß. Und deswegen gibt es leider diese... Früher habe ich die immer verschenkt. Gibt es leider nicht mehr, weil... Das ist einfach zu viel. Das schaffe ich nicht. So, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag. Gibt es nämlich eine neue Folge hier von diesem Tisch. Richtig, richtig tolles Projekt. Das ist ein Projekt, wo man nicht viel nachdenken muss und wo man viel, viel dran arbeiten muss, schleifen und so weiter und so fort. Macht mir persönlich am meisten Spaß. So, wir sehen uns nächsten Freitag. Ciao.